Beyoncé, Queen Bey. Ich bete, dass du morgen meine Füße flink machst und meine Moves cool rüberkommen. Im Namen des Single Ladies Videos und des Lemonade Kurzfilms. Amen. Im Abschlussjahr musste ich dem Tanzteam beitreten, denn je mehr außerschulische Aktivitäten du vorweisen kannst, desto höher sind deine Chancen auf einen Platz an einem Top-College. Woodbright High O, ist das nicht die Schule mit dem Tanzteam? Ich sorge für Licht. Oh Mädchen, wie traurig. Okay, ich muss mitmachen bei den Thunderbirds. Du wirst niemals tanzen. Die Work It Competition ist in fünf Monaten. Wenn du bitte mit diesem Scheiß aufhören könntest... Schön. Dann werde ich mein eigenes Team gründen. Ach du Kacke. Wie bitte? Bei den Thunderbirds sind die besten Tänzer der Schule. Also müssen wir die Rohdiamanten finden. Der da soll der beste Flipper der Stadt sein. Der Typ ist ungefähr 50. Nein, nicht er. Der, der so aussieht wie Conan O'Brien. Du machst Witze. Der Kerl kann flippen. Wir brauchen einen Choreografen. Da gibt's diesen Jake Taylor. Er war dreimal der Anführer des Siegerteams. Bist du unser Choreograf? Was sagst du? Ich sage, du kannst nicht tanzen. Wieso sehen wir aus wie Zahnarzthelfer? Was? Ich habe sie mir vom Altersheim geborgt. So könnten wir auch Blutspenden sammeln. Es ist kein Geheimnis, dass ihr nicht die besten technischen Fertigkeiten habt, aber das ist die Herausforderung. Du schaust Jake doch an, als wäre er ein Überraschungstest. War nicht wahr. Mit Denken kommst du hier nicht weiter. Lass dich einfach von deinem Körper führen. Zeig mir, was ich tun soll. Die Work-It-Bühne, sie ist riesig. Das wird schwierig. Wirklich richtig schwierig. Das ist unsere einzige Chance. Bereit? Hört zu, um das Beste aus euch herauszuholen, folgt nur eurem... Baby. Ist sie okay? Geht's ihr gut? Ja, nein, nein, alles gut. Ich gebe's euch. Untertitelung des ZDF, 2020